Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Es gibt ganz wichtige und neue Änderungen. Es gab ja letzte Woche schon einen wichtigen Patch. Den sehen wir übrigens gerade hier oben rechts schon, die Auswirkungen. Notifications sind nicht mehr oben links, sondern oben rechts werden kürzer angezeigt. Und wenn mehr auf einmal kommen, kommt auch nur eine viele, viele coole Quality of Life Änderungen, die letzte Woche schon reinkam. Habe ich kein Video zu gemacht, weil ich meine, ihr seht es ja sofort, wenn ihr ins Spiel kommt, nicht unbedingt so unfassbar wichtig. Zusätzlich könnt ihr jetzt auch nochmal Samaribo als auch Rotmangoden herausfordern. Bedeutet, wenn ihr hier noch Sachen braucht, von Samaribo gab es ja das ganze Set, hatte ich euch mal gezeigt. Oder wenn ihr noch was von Rotmangoden braucht, dann könnt ihr das jetzt auf jeden Fall nochmal machen. Und was aber heute mit dem Patch reingekommen ist, sind Änderungen zu La Peste. Und die finde ich sehr spannend. Ihr erinnert euch vielleicht noch von vor ein paar Wochen. Da wurde hier gesagt, dass man den Bauplan von La Flö bekommen kann im Showdown gegen La Peste. Das steht jetzt hier nicht mehr, das ist weg. Und stattdessen gibt es, ich werde euch das hier links einblenden, ein Post auf Twitter, wo drin steht, dass man jetzt La Flö, La Flö, La Flö bekommen kann von La Peste mit einer erhöhten Chance. Mir war das gar nicht bewusst, dass man die überhaupt bekommen kann. Der ein oder andere erinnert sich, ich habe 20, 30 Mal La Peste gemacht und nicht einmal La Flö bekommen. Das gleiche gilt für die Community auf Discord, da habe ich nicht einmal gehört, dass irgendjemand La Flö bekommen hat. Da soll die Chance jetzt auf jeden Fall erhöht sein. Vielleicht kriegen wir den jetzt dadurch. Nichts ist mehr die Rede davon, dass es da einen Bauplan gibt. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann später, man weiß es nicht. Aber La Peste wird jetzt La Flö auf jeden Fall fallen lassen. Und eine coole Änderung, ich glaube da freuen sich die allermeisten von euch. Ein Viertel weniger leben, heißt 24% weniger leben wird La Peste haben. Ich finde das sowieso eigentlich ein Unding, wie viel Leben der hatte. Man muss teilweise mit dem ganzen Server drauf gehen. Der hat auch noch stark damit gescaled, wie viele Leute ihn angreifen. Jetzt sollte die Annahme hiermit, dass man neben zwei Leuten schafft, auf jeden Fall mehr möglich sein, als es vorher noch war. Eigentlich finde ich es immer noch lächerlich, dass da steht 2+. Aber ja, also nehmt euch da auf jeden Fall ein paar mehr mit. Wenn ihr da noch Leute sucht, ich sehe immer noch im Discord, dass da ein paar Leute die La Peste Festung machen. Wenn ihr da noch Leute sucht, dann schickt auf jeden Fall mal den Discord Link unten in der Videobeschreibung ab. Dann gab es ja noch eine Änderung zu dem Skin, den man hier in der Bestenliste bekommt. Jetzt wurde das auch endlich angepasst im Spiel. Wir wussten das ja schon seit Wochen. Aber den Skin kriegen jetzt alle, die in der Diamant-Liga sind. Bedeutet, für alle, die jetzt gerade anfangen mit dem Spiel, hetzt euch nicht. Das schafft ihr auf jeden Fall noch easy, wenn ihr bis Ende der Season noch losstartet. Dann könnt ihr hier in der Bestenliste aufsteigen. Ab Diamant habt ihr dann die Möglichkeit, diesen Skin dort recht zu bekommen. Es könnte sein, dass man ihn später eventuell kaufen kann. Wissen tun wir das nicht. Oder dass er nochmal reinkommt in irgendeiner anderen Form. Aber solltet ihr auf jeden Fall euch holen, wenn ihr diesen Skin haben wollt. Dann vielleicht noch eine ganz wichtige Info zu den nächsten Daten. Also, Samaribo und auch Rode Mangodin werden bis Ende der Season in Anführungsstrichen da sein. Geplant war ja, dass die Season am 28. Mai endet. Die endet ja jetzt eine Woche später. Da wissen wir noch nicht, ob in der Woche noch irgendwas passiert. Aber hier oben im Kaperbrief steht auch immer noch 27 Tage. Das ist auch immer noch falsch. Wir wissen, die Season wurde um eine Woche verlängert. Deswegen könnte es auch sein, dass sowohl Samaribo als auch Rode Mangodin als auch die Bastion um eine Woche verlängert wird. Vielleicht kommt da nochmal ein anderes Event rein. Wir wissen es aktuell noch nicht. Wenn da irgendwas zu erzählt wird oder announced wird, dann leistet ihr euch auf jeden Fall als erstes Wissen. Und dann startet Anfang Juni dann endlich Season 2 von Skull & Bones. Und da bin ich sehr gespannt, was da reinkommt. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Findet ihr die Änderungen gut? Ich bin mir sicher, dass ihr die Änderungen gut findet. Gerade das mit den Notifications und das La Peste jetzt weniger Leben hat. Ist schon sehr, sehr wichtig. Bisschen schade, dass er so spät reinkam und man wirklich so lange warten musste, bis da die Änderung vollzogen wird. Aber ich glaube, das ist schon eine sehr wichtige und gute Änderung. Wenn ihr nichts zu Skull & Bones verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren. Da wird es bestimmt noch das ein oder andere zu Berichten geben bis zu Season Ende und dann mit Season 2. Ich bin auch sehr gespannt. Also würde ich mich sehr über ein Follow freuen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ich bin auch sehr gespannt.